Du und Musik Einen schönen dritten Advent wünschen wir euch hier bei Du und Musik. Servus zusammen, Basti Spirz. Heute fürs Kerzchen anzünden ist verantwortlich Falco Richtberg. Und es ist ja gerade echt ein bisschen schwierig in dieser Zeit, so die Laune ordentlich oben zu halten und die Geduld zu bewahren. Aber ich glaube, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man das als Gemeinschaft angeht und dass man das zusammen löst und dann entsprechend auch wieder gestärkt zusammen aus dieser Zeit rausgeht. Und wir freuen uns nach wie vor auf den Moment, wo es dann wirklich wieder passieren wird und wir zusammen irgendwo feiern gehen können. Wir vermissen euch ein bisschen. Liebe Grüße an dieser Stelle auch in die Ballerei hier in Mannheim, unsere Location. Wir hoffen, dass wir bald, bald, bald wieder bei euch sein dürfen und gute Drinks und gute Beats genießen dürfen. In diesem Sinne, ab dafür mit Falco Richtberg. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.